Ähm, wie lange wohnst du schon in der Barbary Lane? Ich bin hier 1966 hergezogen. Und ich denke mal, das war damals ein anderer Ort. Aber so völlig anders war es jetzt auch nicht. Ich muss wohl halluzinieren, das kann unmöglich wahr sein. Oh Gott, no! Du besuchst dein altes Zuhause in der Barbary Lane. Oh, mein Schatz. Es ist offensichtlich mehr als nur eine Wohnung. Hier wurden wir, was wir sind. Dieser Ort hat mein Leben gerettet. Es ist schon okay, wenn bei dir ein paar Gefühle hochkommen, weil deine Mutter aufkreuzt. Das geht ab. Sie denkt, ich sei ihre biologische Mutter. Wenn du dich von jemandem gesehen fühlst, so wie von Anna Madrigal, willst du gar nicht mehr weg. Ich kann gar nicht richtig beschreiben, was das ist. Alles, was mich ausmacht, kam aus der Barbary Lane. Shauna hat das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit ist oft eine Last, die du ganz allein zu tragen hast. Aber wenn ich meine Mutter so ansehe, sehe ich nur, ich war es nicht wert, dass sie bleibt. Offensichtlich bist du das Zentrum dieser kleinen Welt, doch. Ich nenne sie meine Kinder, weil sie das sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017